Hallo Boys and Girls and Boys and Girls Was geht? Willkommen zurück hier bei Walheim Walheim Baby Ich weiß, ihr stellt euch direkt die Frage Geht's den Bienen gut? Sind die glücklich? Leute, die Bienen sind glücklich So, beim letzten Mal haben wir ein ordentlich Disteln rausgeholt Und wir waren auch so ein bisschen an unseren Würstchen-Spawnern dran Haben da auch ordentlich auf die Fresse gekommen Aber, wir haben auch ordentlich Zeugs mitgebracht hier nach Hause Und aus dem Zeug können wir jetzt ordentlich auch Würstchen machen, würde ich mal sagen Deswegen lasst das mal Achso, rohes Fleisch brauchen wir Oh, jetzt kommt's Ah, wir haben gar nicht so viel rohes Fleisch Aber das ist nicht so schlimm Denn wir bekommen ja sowieso Holy Shit Das sind viele Würste Das ist eine sogenannte Sausage Party Kennt man Wenn einer wieder die Einladungsliste nicht richtig durchgegangen ist Aber darüber können wir ein andermal sprechen Und die Disteln werden als erstes zu Ende gehen Nice Nice Ey, wir brauchen eine eigene Kiste nur für Würstchen, ne? Komm, das nehmen wir da raus Was machen wir da rein Das ist richtig nice So, wie sieht's denn aus? Ähm, wir hatten doch, meiner Meinung nach Auch, ähm, Eisen und so Zeugs mitgebracht Was ist hier mitten in der Nacht? Warum ist denn das nachts? Leute, warum ist denn das nachts? Sag ich doch, wir haben doch Haufen Zeugs gehabt, alter Ich bin nämlich der Meinung Ich hatte gerade geschlafen Deswegen wundert's mich jetzt gerade Aber es soll uns nicht stören Dann gehen wir jetzt einfach pennen Ich hab mir natürlich im Vorfeld Sehr, sehr doll überlegt Was wir heute machen Und es ist auch überhaupt nicht so Dass ich so viele, äh, Let's Play Videos Von verschiedenen Projekten aufgenommen hab Dass ich gar keinen Überblick mehr hatte Von was ich noch was habe Keine Ahnung Keine Ahnung, alter Aber wir haben hier Gemütlichkeit 12 Und wir haben mittlerweile auch Tag 130 Überleg mal Das sind 30 mehr als 100 Na, und hätten wir nochmal 30 mehr Dann wären wir schon fast bei 200 Das musst du dir mal überlegen Okay So, wir bekommen einen Haufen Eisen raus Und wir wollten uns definitiv Irgendwas herstellen Verstärkt das Schild Das ist das, was wir haben Ja Okay Wir haben eine Eisenspitzhacke Ich glaube, wir wollten uns den Bogen herstellen Der Jägerbogen 20 Eisen 10 Edelholz 10 Federn 10 Edelholz 10 Federn 2 Hirschfell 10 Edelholz 10 Federn 2 Hirschfell 10 Edelholz 2 Federn 12 Hirschfell 12 Edelholz 3 Federn Hirschfell 12 Federn 3 Hirschfell Ich habe das im Kopf vor, ne? 3 Edelholz 2 Federn 12 Hirschfell Und 14 20 Eisen Ne? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer sich das genauso gut merken konnte wie ich Da ist er Der Jägerbogen Hier wollte ich auch den Boden so ein bisschen mal ebnen Also es macht nichts, wenn da so ein bisschen Gras Gras bleibt Jetzt natürlich alles weg Denn Hier gehen wir ja super oft rein und raus Bin mittlerweile übrigens sehr sehr überzeugt von dem was wir hier gebaut haben Gefällt mir wirklich sehr gut Sehr 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 gut Und die Frage Haben wir noch normales Holz Ein bisschen was Ja Leute, wie geht's euch? Zockt ihr noch, Valheim? Das würde mich mal interessieren Wie viele Leute immer noch dabei sind Oder wie viele gesagt haben jetzt schon Ja Valheim Nice Das sieht ja auch nice aus, ne? Nicht so eckig der Wein macht Zack Weiß nicht, es hat was Weil es irgendwie Es bringt schon wieder 3D mit ins Spiel Was ja das Spiel von Haus aus gar nicht hatten Das ist das Game hat ja gar kein 3D Kann man das auch da machen? Oder ist das dann schon wieder zu viel rumgespiele? Ist zu viel rumgespiele, ne? Ja, ich merk's selber Wenn man's selber merkt, dann ist es meistens das Beste Wenn man einfach Wenn man einfach aufgibt Und einfach Äh, ja Einfach nach Hause geht So, haben wir denn noch so Wir hatten doch noch irgendwo So ein Objekthalter Hat man nicht? Noch hat Ich bin der Meinung Wir hatten noch irgendwo Noch diese Kupferobjekthalter, oder? Ja, noch Kohle drin Leute Vergangenheitssemi war Äh, nicht sehr Organisiert So wie es aussieht Aber dem helfen wir jetzt natürlich nach Ich hab ne Idee Oh, ich hab ne Idee, was wir machen Ich hab ja Oh, hab ich ne Idee Das packen wir nämlich mal da rein Das behalten wir noch 38 Schittinen haben wir Wir können nämlich mit dem Schittinen Können wir Können wir nicht Bin der Meinung Vielleicht warte mal Andere Werkbank Was nie sein Abissal Harpune Das ist nicht ne ganze Harpune Das ist nur Abissal Harpune Da brauchen wir 8 Edelholz Und 30 Lederreste 8 Edelholz 30 Lederreste 12 Edelholz 20 Lederreste 3 Edelholz Ich sollte aufhören Das zu machen Ansonsten kann ich Oh, ehrlich Ansonsten kann ich mir das auch Gar nicht mehr merken Was wir jetzt mit Die Oh, Abissal Klinge Das Ne Komm Du gut Ich weiß nicht Wie es funktioniert Aber Was wir heute Tun werden Freunde Das Tut man nicht alle Tage tun Und zwar Wir werden heute Pass auf Spaß beiseite Wir werden heute Extrem krass Aufs Meer rausfahren Und werden versuchen Gezielt Gezielt Freunde Jagd Auf ne Seeschlange Zu machen Yes 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 Ja Ihr habt Absolut richtig gehört Ich weiß Der ein oder andere Wird jetzt sagen Warum Okay Okay Äh Weird Aber Oh Haben wir noch 20 Edelholz Hey Ja Das lassen wir erstmal. Vorher müssen wir erstmal alle Sachen wegpacken. Quasi alles mal safen. Ich weiß nicht, was da draußen auf See passieren wird, Freunde. Es gibt übrigens eine Mod. Das habe ich, glaube ich, schon 2000 Mal erzählt. Damit kann man hier die ganzen Sachen scrappen und bekommt alles zurück, was man da so reingesteckt hat. Ne, den Hammer nehmen wir mal mit. Das lassen wir auch in der Kiste. Wir brauchen mal so eine Schatzkiste einfach. Okay. Wir nehmen dafür unser kleineres Boot. Einfach, weil es mehr Gaudi macht. Mehr Grund. Mehr Grund habe ich dafür nicht. Wir werden jetzt noch ein bisschen Marmelade herstellen. Oh. Ich kann auch eine Metmischung lecker herstellen. Das muss aber fermentiert werden. Damit wir einfach noch was zu essen bei haben. Wie lange das dauert. Und dann geht es für uns aufs Meer hinaus. Freunde. Ich, wie gesagt, weiß absolut nicht, wie man so eine Seeschlange überhaupt fangen kann. Was ich weiß, ist das Prinzip. Und zwar mit Harpune auf das Teil. Beten. Ja. Aber wir werden zusammen jetzt da auf das Meer hinausfahren. Und werden uns eine dieser Vermalladeiten Seeschlangen holen. Die Seeschlange. Den Feind. Den Verräter. Wir haben einen Rückenwind. Das heißt, Odin ist auf unserer Seite. Und damit heben wir die Humpen und trinken von dem Trank der Götter. Ohne Werbung zu machen. Heute wird sie fallen. Die Seeschlange. Glaube ich. Mein Plan ist folgender. Pass auf. Ich habe mir das genau ausgemalt. Genau ausgerechnet, wie das funktionieren wird. Und wir fahren aufs Meer raus. Und wir werden gezielt nach der Seeschlange suchen. Das heißt, Augen offen halten. Nach so einem Seeschlangenvieh. Und wenn wir es haben. Dann ist es eine gute Frage, wie wir weitermachen. Wenn wir es haben. Dann werden wir mit der Harpune. Das klingt bescheuert, wenn ich sage. Mit der Harpune, Freunde. Werden wir die Seeschlange attackieren. Und unser Boot vorher mit Rückenwind wahrscheinlich am besten. Einfach in Richtung Land drehen. So, dass wir mit der Seeschlange im Gepäck hapuniert auf Land laufen. Und dann ziehen wir die noch ein Stück weiter aufs Land. Und dann rasten wir komplett auf die Seeschlange aus. Sowas hat die noch nicht gesehen. Die wird sich wünschen, Alter. Nicht als Seeschlange auf die Welt gekommen zu sein. Werden. Sein werden. Ich bin super zuversichtlich. Dass wir das definitiv schaffen werden, Freunde. So war ich. Semi. C. Semison heiße. Ihr könnt mir vertrauen. Ich war jahrelanger Harpunist. Das Ding ist, dass sich das natürlich bei den Seeschlangen rumgesprochen hat. Dass wir kommen. Ich weiß nicht mal, ob wir das alleine schaffen können, Freunde. Aber wenn wir eins wissen, dann... Dass wir alles bisher geschafft haben. Natürlich fängt es an zu regnen. Aber das macht es nur epischer, Freunde. Denn egal, wie es kommt, diese Seeschlange, die wir nicht sehen. Die ist ja quasi, die ist ja schon tot. So, wir sind im Gebiet Ozean. Da ist Land. Ich weiß, ich fahre jetzt ein bisschen komisch hin und her und so. Wenn ihr die Seeschlange seht, schreibt es sofort in die Kommentare, damit ich es... Dann auch weiß, dass da was war. Scheiße, Freunde. Wir haben Angst von uns. Ich sag's euch. Die scheißen sich in die Hosen. Das ist wie die... Wie die... Ich fühle mich so ein bisschen wie Captain Ahab, um ehrlich zu sein. Ich versuche die ganze Zeit, die Wellen so ein bisschen abzuspotten. Um zu sehen, ob sie irgendwo hier sich versteckt hält. Im Wellengarm. Die Seeschlange. Der alte Feind. Vorne. Sie sah gerade fast so aus, als wäre da was gewesen. Mann, das ist so bescheuert, was wir hier machen. Kann man so eine Seeschlange überhaupt wirklich killen? Ich hoffe, unser Boot hält halt ein bisschen was aus. Dann natürlich zu dem Plan gehört, dass wir erstmal die Seeschlange finden müssen. Dann müssen wir uns in Richtung Land drehen. Ja. Dann müssen wir absteigen. Dann müssen wir absteigen. Müssen das Vieh harponieren und hinter uns herziehen. Klingt wie der Plan eines geistig Umnachteten? Aber es klingt auch wie ein Plan. Ich meine, klar. Ein paar Sachen habe ich dabei absolut nicht gedacht. Wie zum Beispiel, was, wenn wir in Richtung Land drehen und dann so wie jetzt einfach komplett kein Rückenwind mehr haben. Ich meine, das kann doch nicht so schwer sein. Übrigens hier, seht ihr, das ist auf Wasser der neue Radius, den wir haben. Und ich finde das viel besser, weil original bis da hinten können wir halt sehen, ne? Das, was wir da sehen, die Bäume im Hintergrund, das ist das hier. Das mal, um kurz die Mod einmal in Gebrauch zu zeigen. Ach, Freunde, ich würde euch so gern jetzt hier eine Seeschlange präsentieren. Aber es scheint... ...als kämen die nur... ...wenn man sie gerade einfach überhaupt nicht gebrauchen kann. Was ich jetzt mache, ist einfach hier rüberfahren. Und hoffe, dass auf dem Weg dahin... Komm, put, 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 put. Komm schon, Dude, zeig dich. Mein alter Feind. Zeig mir deine hässliche Visage. Komm, komm und hol mich. Bitte? Gar nichts, ne? Ich scanne die ganze Zeit die Wasseroberfläche, ob hier irgendwo sich irgendwas bewegt. Aber gar nichts, Freunde. Hm. Okay, es wird Nacht. Vielleicht? Wer weiß. Sind die Viecher eher nachtaktiv? Bisher hatten wir meistens Nachtsprobleme. Ich meine, Probleme hatten wir nie. Wir sind immer... ...heldenhaft entkommen. Wer was anderes erzählt, ist ein Arsch. Krass. Es ist ein bisschen wie die Suche der sprichwörtlichen Nadel im Heuraufen. Stellt euch mal vor, wir schaffen das. So ein Teil zu haponieren. Und dann boxt die unser Boot hier weg. Was machen wir dann? Freunde, was machen wir dann? Habe ich das nicht gründlich durchdacht? Okay. Äh, nein, 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 nein. Okay, 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 äh, okay. Die Schlange ist haponiert. Okay, komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, noch ein Stück. Holy shit, den fuck! Warum? Warum die Leine ist gebrochen? Warum ist das Leben so ungerecht zu mir? Warum? Warum? Warte mal, kämpft der Troll? Hat der Troll gegen die Seeschlange gekämpft? Mann, Leute. Fuckt mich doch jetzt bitte nicht so extrem ab. Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann. Ja, wirklich, wenn es mit, wenn irgendwas scheiße laufen kann, dann, äh, kriegen wir es. Ja, Skelette! Alles cool, alles cool, alles cool! Blöder Wichser, Alter. Haha! Okay, alles cool, Freunde, alles cool. Okay, pass auf, wir machen es so, in der nächsten Folge versuchen wir es nochmal, das war jetzt natürlich super schlecht, ey, es hat alles funktioniert, ne? Ah, egal, in der nächsten Folge versuchen wir es nochmal, dann ziehen wir nochmal ein Vieh hier an Land und dann verprügeln wir es. Ich guck hier gerade, aber, ja, der Troll hat ein, zweimal zugehauen, aber das hat wohl nicht gereicht, das Vieh wegzuschlagen. Wir werden sehen, Freunde, sei dabei, hinterlass mir gerne ein Däumchen nach oben und einen netten Kommentar, haben wir Pech gehabt, leider, schade, bis zum nächsten Mal, mach's gut, bye, bye.